Marge, Dennis hier. Heute wieder ein Video für die Wanderfreunde. Nichts Wildes, 12 Kilometer habe ich wieder auf Kumut gefunden. Die Tour werde ich natürlich wieder wie immer unten verlinken. Eigentlich viel zu warm zu wandern. Wir haben 28 Grad und 10 Uhr morgens. Ich dachte, ich bin clever und gehe früh los. Aber naja, egal. Ich habe Bock zu wandern. Ich habe Bock ein Video zu machen. Und ich hoffe, ihr habt Bock zuzugucken. Stimmungsgeräusche und Traumschrei Sprech 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut, wenn euch das Video gefallen hat, gebt es Bescheid. Daumen, Kommentar, Abo wäre cool. Ich danke euch. Ciao. Übrigens, was habe ich gesagt? Ich habe mich schon wieder verlaufen. Mann, ich bin nicht Multitaskingfähig, stelle ich fest. Entweder Filme oder Navigieren. Beides kriege ich nicht hin. Scheinbar. Egal, danke euch.